Wir sind hier am 6. Juni auf dem Schröner See zur 8. Jugendpokal. Wir haben hier heute eine Regatta, die als Rangliste in Mecklenburg-Vorpommern geführt wird. Zur 8. Regatta haben wir auch 8 Boote eingeladen. Davon sind 5 Boote vom Schröner Marine Club. 2 Boote von außerhalb, aus Waren-Müritz und aus Berlin-Rangsdorf. Und einen Verein aus Sparien, der MSV, bei dem unser Altsegler Cäsar Pagen Steuermann ist. Wir haben heute gute Bedingungen hier zum Segeln. Wir haben uns einen Wettfahrtleiter aus Rostock geholt, den Rainer Ahlt. Und es sind hier eigentlich guter Dinge, dass wir 4 bis 5 Wettfahrten heute durchbekommen. Wir denken so nach der ersten Wettfahrt, dass sich das Feld so ein bisschen aufgeteilt hat. Zur Zeit führt die Seven Seas aus Sparien geführt oder weiterhin haben wir dahinter den Gummibär vom Spariener Marine Club und die Medusa. Wir denken so nach der ersten Wettfahrt, die wir in der ersten Wettfahrt haben, die wir in der ersten Wettfahrt haben. Wir denken so nach der ersten Wettfahrt, die wir in der ersten Wettfahrt haben. Wir denken so nach der ersten Wettfahrt haben, die wir in der ersten Wettfahrt haben, die wir in der ersten Wettfahrt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018